Meine Damen und Herren, die Mitglieder unseres Vereins, die haben die Möglichkeit auf unserer Homepage unter der Rubrik Flohmarkt, ihre Artikel zu veröffentlichen, die sie gerne verkaufen wollen, seien es Schallplatten, seien es Noten, seien es Musikinstrumente, alles was mit Musik zu tun hat, manche wollen sich verbessern, verkaufen ihre alten Instrumente, kaufen sich neue davon, wollen das lieber über unsere Musikschule promoten, als vielleicht einem Händler die Chance zu geben, etwas zu verdienen, obwohl die es auch manchmal verdient haben. Heute haben wir ein sehr interessantes Instrument, einen wunderbaren Bechstein-Löbel, Sie werden nachher auch gleich hören, wie er klingt und ich freue mich, wenn ich mit der Präsentation ein Interesse finden kann. Dankeschön. Dann wollen wir uns mal das Instrument ein bisschen näher anschauen. Das hat also die alten Füße und diese wunderbare Shellac, das angeblich das Instrument vorteilhafter zum Klingen bringt, als Polyesterlack. Das Instrument ist gebaut worden zwischen 1910 und 1920. Karl Bechstein-Löbel, Karl Bechstein-Löbel, so rein optisch eine Augenweide. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020